Fahrt über St. Bölden, Lilienfeld zum Knollenhals. Es ist sehr kalt, minus viereinhalb Grad. Und der Aufstieg durch den Winterwald im frisch gefallenen Schnee war besonders schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sing There's a song in search of a voice that is silent And the sun god will make for your way And we dance to a whispered voice Overheard by the soul, undertook by the heart You may know it If you may know it While the sand would become the stone Which begat the spark turned to living born Holy, holy Santu, Santu Happy There's a page that aches for a word which speaks on a theme That is timeless And the one god will make for your day Sing There's a song in search of a voice that is silent And the one god will make for your way Drei Stunden und 20 Minuten habe ich bis hierher gebraucht. Hier weht schon ein eisiger Wind. Blick über das Alpenvorland bis zum Ötscher Und Gemeindealpe Der Ort Knollenhals mein Ausgangspunkt und Aufstiegsweg Rast ist hier nicht möglich. Für den Abstieg wähle ich den westlich liegenden Grat, der in den Entreegraben führt. Viel Schnee und Schneewächten gibt es bis ins 800 Meter tiefer liegende Tal. Frye und Schnee, die wir auf anybody hereinfeld haben wir groceries hier und und sie weit hier und Musik 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 Das war eine sehr schöne, auch kalte Schneeschuhwanderung über 6,5 Stunden. Musik